Willkommen zu meinem ersten Gewinnspiel. Ich hatte vor paar Tagen versprochen ein kleines Gewinnspiel zu veranstalten, wenn mein YouTube-Kanal eine bestimmte Abo-Anzahl erreicht. Geplant waren 222 Abos. Die wurden gestern überschritten und heute gibt es dafür das Gewinnspiel. Schauen wir doch mal wo der Preis ist. Ist der Preis vielleicht hier drin? Nein, das ist nicht der Preis. Wo habe ich den Preis bloß hingelegt? Ich glaube der liegt irgendwo zwischen den ganzen anderen VHS. Könnt ihr den schon sehen? Genau, da ist er. VHS Viral. Ja, das ist der Preis, den ihr gewinnen könnt. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Das Video liken, kommentieren und vor allem den Kanal abonnieren. Ihr könnt das Video auch gerne bei Facebook teilen, liken und kommentieren. Es ist aber kein Muss. Es gilt nur das YouTube-Gewinnspiel. Mitmachen kann jeder ab 18 Jahren mit einer Lieferanschrift in Deutschland. Das Gewinnspiel läuft genau eine Woche bis zum nächsten Sonntag und der Gewinner wird per Zufallsprinzip ausgelost. Falls ihr Interesse an diesem oder dem kommenden VHS-Film habt, findet ihr unten in der Beschreibung die Bestelllinks. Viel Glück beim Gewinnspiel. Wir sehen uns dann nächste Woche bei Bekanntgabe des Gewinners. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.